Ich wusste, dass du zurückkehren würdest, doch es ist zu spät. Das Tor ist geschlossen und der Titan wird sich erheben. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Du willst es mit einem Titanen aufnehmen? Du hast nur eine Kleinigkeit übersehen. Ohne Okular wirst du den Titanen nicht einmal sehen können. Ach ja? Dann werde ich mir wohl deins nehmen müssen. Glaubst du etwa, du kannst gegen mich gewinnen? Du trägst Ursigors Rüstung. Aber dir fehlt der Wille zum Sieg. Und deshalb wirst du, wie alle anderen, untergehen. Das sagt er. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Böse. Okay, er haut schon mal ganz gut zu. Gut, dann weiß ich das jetzt. Huch. Hm. Naja. Egal. Dimdi-Dim. So, nochmal. Ich wusste. Bla, bla. Na, komm schon. So, aber wenigstens zeige ich jetzt hier die Möglichkeit, nochmal einen Trank zu saufen. Das ist ganz praktisch. So. Der Inquisitor ist tot. Sehr schön. Okay, der Regen, der macht das Okular. Sehr schön. Und Ursigors Schädel, damit ich da dann wieder raufkomme. So. Also, damit ich da reinkomme. Okay. Okay, erstmal heilen. So, Kular. Ah, ist anstelle des Helms, ja. Äh, na gut. Muss halt sein. So, wo haben wir unsere Gras-Schädel? Da haben wir unsere Gras-Schädel. Okay. So. Speichern wir nochmal. Äh, hier. So. Not done. Not done. Not done. Das war's. Okay, what the fuck? Okay. Ja, gut. Ich sollte natürlich... Ja, ja, haben wir. Wow, das war dumm. Autsch. Hm, ja, okay. Ah ja, Endgegnerkampfspeicherstand, okay. Ist also jetzt wirklich das Finale. Wow. Okay. I'm not done. Yo. Oops. Cool. Okay. Okay. Auch hin. So, ups. Na, ja, gut. Ist gut. Na, fast. So, und Angriff. Sehr schön. So. Sehr gut. Okay. Das gefällt mir gerade schon mal. Wow, 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 shit. Ui. So, gut. Geht doch. Ist doch gar nicht mal so schwierig, hä? Oh, komm, das ist fies. Das ist fies. Oh. Dann hast du das. Du Drecksack. Nie, das wird nichts. Na gut. Ups, ups. Ui. Okay. So. Sehr gut. Und noch mal raufkommen. So Ja Sehr gut Sehr gut So Na So Na Nein, 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 mein Freund Nein, 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 nein So So Sehr gut Okay Okay, hier kann ich bleiben Erstmal, ups, jetzt nicht mehr Schön Okay Ui Nice Ja 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich schätze mal, wir haben es geschafft. Die Macht des Titanen wird die Insel auch weiterhin schützen. Eine der letzten Enklaven der Menschheit wurde gerettet. Du denkst, hier endet die Geschichte? Nein, was hier geschehen ist, ist nur der Anfang. Der Kampf gegen die Titanen hat gerade erst begonnen. Komm, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich hatte nur aus irgendwelchen Gründen nie die Motivation, es durchzuspielen. Ich weiß nicht, warum... Ja, sind wir damit jetzt durch? Hm. Ich fand es grandios. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und, ja. Mal schauen, was wir dann hier auf diesem Slot als nächstes spielen werden. Ähm, wir haben jetzt heute... Moment, heute ist Folge 77. Das ist Dienstag. Ähm, ich werde mit dem nächsten Projekt erst am Montag starten. Ihr werdet in der Beschreibung einen, ähm, einen Stroppol-Link finden. Den Stroppol werde ich jetzt am Donnerstag, bevor die Folge live geht, äh, erstellen. Weil das ist der Tag, wo ich die, äh, wo ich das aufnehme. Und, dann werden wir da mal schauen, was ihr denn entscheidet, was als nächstes gespielt werden soll. Ich habe da so ein paar Ideen, die ich euch, äh, zur Wahl stelle. Und, dann gucken wir doch mal, was ihr sagt, was ihr sehen wollt. Gut, dann war es das an der Stelle von meiner Seite aus. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch den Rest der Credits ansehen. Die lasse ich auf jeden Fall noch durchlaufen. Und, ansonsten... Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und, wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Was auch immer das sein wird. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020